hallo ihr lieben wenn die freilinger hier wieder vom lager verkauf freilinger in gießen mittwoch abend angebotstag wir haben eine kleine auswahl für euch heute zusammen deswegen klein wir haben natürlich viele neue artikel bekommen aber es kommen diese woche sind einige artikel bis jetzt noch nicht gekommen die kommen in den folgetagen noch ein paar interessante sachen da werde ich mich dann noch mal live melden müssen wollen jetzt zeige ich euch was gibt es hier neues bei uns im laden und zwar wir haben butter rein bekommen also das ist keine butter das ist pflanzlich streichfett das ist vegan 69 cent von rama die richtige weyenstephaner butter 250 gramm 1,11€ oder hier die streichzarte von weyenstephan ungesalzen 89 cent toller preis wir haben hier die wollte ich doch zeigen martin salami pur pork 250 gramm wieder da koste normal 389 wir haben sie für 159 sind sehr gut bayerische koch salami im ring geräuchert hier 300 gramm schwer 1,50 in der 400 gramm tschuldigung 400 gramm 150 heinz baked beans in tomatensoße diesmal ohne zucker zusatz und sind viele proteine drin kostet die 415 gramm dose nur 1 euro haben wir ganz viel von da könnt ihr euch eindecken mit toller artikel hier wieder ein renner die fanny mini knödel in drei leckeren sorten sind wieder da statt 1 99 1 euro 11 lorenz naturals meersalz und pfeffer die richtig gute sorte hier statt 1 69 kostet bei uns 88 cent dr oetker my sweet table das sind die kuchen die minis die sind draußen richtig teuer 2 79 hier schokoladen flockina mini google hupf kuchen kugeln zitrone oder mini google hupf schokolade kostet 1 euro nur bei uns wir machen weiter englische ware mars soft baked cookies bounty soft baked cookies oder m&ms auch soft baked cookies die kosten normal 289 könnt ihr dieses mal bei uns wirklich sehr günstig 1 29 online sind zwar auch schon drin habe ich gerade gemacht im laden zu erhältlich haben wir wieder hier ein paar mischi space bekommen die hitchler hitches sind wieder da in vielen sorten kosten bei uns ein euro 11 es gibt auch fruchtgummi saures in verschiedenen sorten für 88 cent dann machen wir weiter die milka oreo die große kiste haben wir hier die riegel drin 36 stück kosten normalerweise immer 14 99 diese woche bei uns 4 99 36 milka oreo regel 4 99 wahnsinnspreis dafür gehen sie raus dann haben wir wieder bekommen vital infused bio das ist zidrone minze sechs mal 0,75 liter 2 99 plus fand gutes getränk jetzt hier wenn es warm wird zum ich finde doch fairen preis die großen pullen persil 3,8 liter 76 wasch ladung 9 euro 99 die gibt es allerdings nur hier im laden die verschicken wir dieses mal nicht 9 99 76 wasch ladung 3,8 liter und dann das möchte ich euch mal vorführen so was ähnliches haben wir schon mal zu weihnachten und ostern verkauft das sind schokoladenspiele aber diesmal in einer hochwertigen metallbox monopoli und scrabble also zwei sehr sehr beliebte spiele in der metallbox habe ich gesehen online 17 99 ich zeige es euch erst mal metallbox das ist hier so ein einleger drin spielfeld und hier die ganzen straßen neue straße 160 millionen was weiß ich was die kosten alles aus schokolade also da könnt ihr das spiel spielen hier so ein pfeil ist auch dabei alles aus schokolade und kostet nur 2 99 das gleiche hier das geht nicht auf das scrabble auch spielfeld alle buchstaben alles aus schokolade erst spielen dann essen und zum schluss die dose kann man noch wieder verwenden wie gesagt aus metall nähzeug zum beispiel kann man für alles nutzen und nur 2 99 ist ein schönes geschenk finde ich macht was her auf jeden fall so das war erstmal alles es gibt natürlich noch viel mehr kann ich aber jetzt nicht alles zeigen aus amerika ist auch wieder einiges reingekommen unter anderem twizzlers poptarts haben wir noch nachbekommen nerds reeses oreos alles ist da kommt gerne vorbei preise sind wie gewohnt gut und seit langer zeit endlich wieder da corny big die display kartons mit 24 stück drin zu 8 99 könnt ihr auch abholen hier alle sorten sind da sehr gut ich melde mich diese woche noch mal wieder das war's erstmal für heute hier vom freilinger tv bleibt alle gesund kommt uns besuchen montag bis samstag 9 bis 19 uhr im lagerverkauf freilinger gießen oder schaut in unseren online shop vorbei lebensmittel-sonderposten.de jeden tag schöne neue angebote schaut euch durch klickt durch die kategorien und ihr werdet fündig werden ja bleibt gesund ich wünsche euch einen schönen abend ich bin raus macht's gut ihr lieben wir sehen uns wie beim nächsten mal in den letzten Mal anhea